Roblox ist down! Oh, okay, Roblox ist nicht mehr down. Ich zieh keine privaten Server, ich join einfach irgendwas. Der Status des Erlebnisses hat sich geändert und du hast keinen Zugang mehr. Bitte versuch es später erneut. Ich habe Zugang! Nee, das nicht. Ja, es lädt. So, was haben wir? Party Crown Pads, ist es neu? Keine Ahnung. Trading Plaza Makeover, oh ja, das sieht voll cool aus. New Year's Event, bam bam bam. Sehr viele Achievements und wieder neue Exclusive Acts und nichts lädt, weil Roblox down ist. Sehr gut. Special New Year's 2023 Event ist in der Trading Plaza. Dafür müssen wir der Trading Plaza innerhalb der nächsten 57 Minuten joinen. Das können wir machen. Oh, Christmas Welt ist noch da. Oh mein Gott, wenigstens das. Ich habe immer noch nicht dieses Reindeer Hoverboard mir besorgt, das ich jetzt hier auch nicht sehen werde. Aber das kann ich dann noch machen, eine Woche lang. Und Trading Plaza wurde angepasst. Schauen wir uns das an. Und in den Exclusive Shop haben wir wieder ein neues Egg, Exclusive Balloon Egg. Mit einem neuen, ja, Titanic Pad. Ihr seht es, Leute. Roblox ist komplett im Lagen, ja, es ist krank. Okay, wir versuchen, eine Trading Plaza zu joinen. Und das Teleportieren ist aufgrund eines unerwarteten Fehlers fehlgeschlagen. Okay, bin ich jetzt hier stuck einfach in dem Bildschirm? Ich glaube, ja. Leute, warum spielen jetzt so viele Leute Roblox, dass die Roblox-Server down sind? Feiert doch Silvester. Ja, hey, was ist euer Problem? Geht doch einfach. Wir haben technische Schwierigkeiten. Bitte versuche es später erneut. Ripcam. Oh, jetzt ist meine Kamera auch noch kaputt. Oh mein Gott, Roblox hat deine Kamera kaputt gemacht. Wo ist jetzt meine Kamera? Meine Kamera ist weg. Oh, Big Games. Sehr schön. Ich bin im Petzel-Late-X. Oh, Nui. Oh. Oh. Ich war gerade im Spiel, auf einmal lädt das Spiel neu. Aber ich bin jetzt wieder drin. Ich will laden. Lade das Spiel. Ich bin die ganze Zeit auf vier Punkten. Oh mein Gott, kann ich dieses Spiel bitte laden? Oh, Roblox. Fan-Simulator. Ja. So, jetzt. Voice-Server. Let's go. Reiner. Und ich habe einen Black Screen. Oh. 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 Funktioniert's? Ja. Es geht. Wir sind in der Trading Plaza. Let's go. Oh mein Gott. Die ist ja komplett neu. Wir haben jetzt hier so einen Dancefloor. Und da ist... Dahintes Pressen am Dancen. Schau ich euch an. Einfach Pressen freut sich schon auf das neue Jahr. Die sieht ja komplett anders aus. Wir sind ja einfach im Hintergrund neue Gebäude. Als wäre das irgendwie so die Tech-Welt hier. An sich schon cool. Aber ich glaube auf Dauer würde ich das nicht so feiern. So. New Year's 2023 Gift Dropping in 50 Minuten. Das heißt, wir müssen hier in 50 Minuten einfach hier chillen. Und dann kommt dieser Ball hier runter. Und wir bekommen den Free Gift mit OP-Pads. Gibt es sonst noch irgendwas Neues bis auf die Häuser im Hintergrund? Können wir da hoch irgendwie zu Pressen? Victor, Victor da oben. Auf der Mauer. Auf der Lauer. Links von dir. Ich schieße dich halt ab. Ah! Ich werde abgeschossen. Ich hole mir jetzt auch mal so ein Feuerwerk-Ding. Warte, kann ich die Dinger, die Crates hier abgeschießen? Das bringt mir gar nichts. Öffne dein Gift. Ja, stimmt. Ich sollte einen Huge-Dog bekommen. Der Hype-Gift. Let's go. Party-Dog. Woo! Ey, yo. This event is on fire. Ja, man. This girl is on fire. Dann muss ich jetzt wohl das Exclusive-Egg öffnen. Oh. Habe ich dafür genug Robux? Nope. Ey, Anton. Kannst du mir sieben Robux geben? Sieben? Sieben. Mach achter Hedge, dann ziehst du Titanic Huge. Ich glaube nicht. Nach dieser Transaktion beträgt dein Guthaben null Robux. Rein da. Ich will auch eins. Ich will eins haben. Ja, komm auf den Server. Wie? Ich versuch's. Ja, ich versuch's. Äh, wo sind meine Eggs? Wo sind meine Eggs? Hä? Ich hab keine Eggs bekommen. Es geht gerade nicht. Hab auch gekauft. Du musst nochmal kaufen. Äh, nein. Wenn, wenn was nicht funktioniert, macht es einfach auf die gleiche Art nochmal. Ich will Eggs-Zurut-Garantie. Okay, ich hab meine Eggs bekommen. Alles gut. Ich muss einfach rejoinen. Jetzt sind sie hier. Ne, du musst nochmal kaufen, Felix. Vergiss das nicht. Ne, ne, ich muss dich nochmal kaufen. Ich hab jetzt hier Exclusive-Egg-7. So, was können wir in dem Egg-Hatchen? Das ist ein 50%iger Balloon-Dragon. Ein 35%iges Balloon-Corgi-Pad, glaube ich. Balloon-Excelotl. Dann noch Dragon und Excelotl in Huge. Und ein Huge-Balloon-Titanic-Monkey. Oder irgendwie so heißt der. Mit einer 0,05%igen Chance mal wieder. Wisst ihr, was unser Streak ist zurzeit? Von diesen Exclusive-Eggs-Hatchen ohne Huge-Pad. Ich glaube, wir sind gerade bei 73 Exclusive-Eggs ohne Huge-Pad. Das heißt, wenn wir heute wieder aus diesen 10 Exclusive-Eggs nichts bekommen, habe ich in 83 Exclusive-Eggs nichts bekommen. Kein Huge-Pad, kein Titanic-Pad und nichts. Ich hab Bock. Also wirklich, ich bin so sauer, wenn ich jetzt nicht wenigstens ein schlechtes Huge bekomme. Ich bin so sauer. Aber eigentlich will ich das Titanic-Pad haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Anton, ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Egg, oder? Äh, Felix, was ist dein Lieblings-Part an dem Update aktuell? Mein? Meiner ist der, wo man nicht rein kann. Aber ja, wir fangen mal an mit dem ersten Egg. Mein Part ist der, dass ich das Spiel nicht spielen muss. So, let's go. Und? Ja, Mann! Balloon-Dragon, das schlechteste Pad. Ich hasse Balloon-Pads. Habe ich dir das schon mal gesagt? Balloon-Pads sind die hässlichsten Pads im ganzen Spiel. Ja. Ich weiß nicht, warum Preston sich dachte, oh mein Gott, Balloon-Pads, die sind ja so cool. Ich muss noch 20.000 von denen machen. Das ist alles einfach nur hässlich. Komm, komm, zweites Egg. Das zweite Egg wird jetzt ein Titanic-Pad, zu 100%. Es ist noch ein Balloon-Dragon. Du hast ja gesagt, wenn du ein Titanic-Pad siehst, kriege ich das. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich bin der Meinung, ich erinnere mich an sowas in die Richtung. Das kann vielleicht sein, aber ich habe jetzt drei Balloon-Dragons nacheinander gezogen. Let's go. Egg Nummer vier. Oh mein Gott, ein Balloon-Koi. Oh, der ist ja noch hässlicher als der Dragon. Oh Gott. Aber der hat wenigstens schon Companion 2. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Okay. Nummer fünf und es ist wieder ein Dragon. Ich habe es schon gesehen. Da ist schon wieder ein Dragon aufgeploppt. Das heißt, wir haben jetzt von fünf Eggs das 50-prozentige Pad bekommen. Mein Lack ist ja heute wieder sehr stabil. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, die Eggs zu öffnen, weil ich ziehe sowieso nichts. Oh, du bist auf meinem Server. So, Conny. Ich gebe dir mal ein Egg und du ziehst jetzt ein Titanic-Pad. Und wenn da ein Titanic-Pad drin ist, dann bekomme ich das. Na gut. Wenn ein Huge-Pad ist, kannst du es abbehalten. So, let's go. Ich öffne das Exclusive Titanic-Was-Och-Immer-Egg und Exclusive-Balloon-Dragon. Blau. Ein Triple-Hedge, please? Ja, wir können ein Triple-Hedge machen. Und dann haben wir danach noch ein einziges Egg. Oh Gott, komm. Einfach nur nicht drei Balloon-Dragons. Hey, wir haben alle drei kleinen Pads auf einmal bekommen. Balloon-Dragon, Balloon-Agg-Solotl und Balloon-Koi. Okay, haben wir wenigstens schon mal einmal das 13-prozentige Pad bekommen. Mit Companion 3, was auch ziemlich hässlich ist. Schau dir diesen kleinen hässlichen Axolotl an. Da ist er. Seht ihn? Dann haben wir jetzt noch ein letztes Egg übrig, Leute. Exclusive Egg 7 mit einem Titanic-Monkey. Let's go. Es wird Zeit, 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 es wird nicht Zeit, es wird nicht Zeit. Wir haben nur Öl bekommen. Ich werde nicht noch mehr Eggs kaufen. Ich kann das nicht. Wir sind jetzt bei 83 Exclusive Eggs ohne Huge-Pad. 83. 83. Oder mehr? Sind es 93? Ich weiß es gar nicht. Es ist viel zu viel. Ne, ich kaufe nicht noch mehr. Ich kann nicht noch mehr kaufen. Das halte ich nicht aus. Dann morgen. Also Leute, ich war zwar während dem Event AFK im Padsom-Latter-X, aber ich hab mal... Also ich war zwar während dem Event im Padsom-Latter-X nicht da, aber ich hab mal AFK aufgenommen, was so passiert ist. Und zwar kommt einfach hier dieser Ball hier in der Mitte runter, ihr seht's. Und wenn ihr dann unten angekommen müsst, dann kommt ein paar Mal die Nachricht Happy New Year. Und wir bekommen einen Free New Year's 2020 Free Gift. Und auf meinem Server hat sogar jemand einen Huge Party Crown Ducky bekommen. Das ist ein 0,5%ige Pet. Und das will ich jetzt auch ziehen. Weil Leute, ich hab mir natürlich auch so ein New Year's 2020 Free Gift geholt. Und da können wir zu 80% so ein Ducky ziehen. Zu 15% ein Corgi. Zu 4,5% ein Crown Elephant. Und zu 0,5% so ein Crown Huge Ducky. Ich glaub von den Huge Pads, wenn wir da jetzt mal schauen... Also von dem Huge Ducky, wenn wir jetzt mal schauen, gibt's 3.500. Und von dem Party Crown Ducky 550.000. Okay, das sind schon ein paar, da haben ein paar Leute ihr Gift geöffnet. Und ich würd sagen, ich mach's jetzt auch. Und wir hoffen natürlich auf einfach keinen Ducky. Wie wär's? Einfach keinen Ducky ziehen. Mein Luck ist sowieso schon so schlecht. Und wir bekommen einen Party Crown Ducky. Let's go. Genau das wollte ich haben. Naja, mir ist es wohl einfach nicht gegönnt, irgendwas Gutes zu bekommen in diesem Spiel.